Fault! Ja. Was sagst du jetzt? Ja, da waren aber gestern echt noch so ein paar Kels hier. Und so ein Schädel, den wir voll übersehen. Ey, wo waren die denn bitte schön? In der Hülle aber nicht, oder doch? Die waren auf dem Pistern. Die waren auf dem Pistern, drei Kels. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die erst dann beim Zurückgehen, hab ich die gesehen. Aber ich brauch noch so'n Ventilator am PC, der mir dann den Wind ins Gesicht bläst, wenn wir da unterwegs sind. Je nach Windrichtung. Wenn du da hier vorne stehst, dann gut. Die Katze tust du auch weg, dafür tust du einen Affen hin mit dir? Oder einen Kanadienvogel? Nee, den Papagei. Den Papagei und den Lammagei. Erstmal die Kanone nach unten. Ne, muss ich sagen. Wie kann man denn überhaupt einsteigen? Ich hab bis gestern zwar geguckt, aber irgendwie hab ich jetzt vorhin... Du musst vorne hin. Ah, okay. Aber das ist auch ziemlich cool, ob ihr gesehen, wie schnell du da zur Insel kommst. Ja, wo fahren wir jetzt hin eigentlich? Der Archer links, oder? Dann ist das in Ordnung. Ne, ich schau mir das an. Warte. Was ist das? Ist das markiert? Marauder's Arch. Marauder's Arch. Okay. 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 Fabi, wo bist du gerade? Auf dem Schiff? Ich bin oben. Ah ja, du kannst, du gibst die Befehle, oder wie, wie er fahren muss. Der Andi. Jetzt fährt er noch ganz gut. Ne, ist einfach nur. Ich schau einfach nur wegen anderen Schiffen, oder wegen... Ja, aber schau auch, dass er nicht gegen eine Insel fährt, oder sowas. Ja, ja. Vielleicht ist noch das dritte Segel runter. Das ist gar nicht aktiv. Das war nicht aktiv. So. Boah. Leute. Es ist gerade... Ich glaube, unter uns ist der Krake. Schaut jetzt mal, wir sind... Um uns herum ist es ganz blau. Fuck. Oh je. Das ist der Krake. Ich weiß nicht, wie über den... Nein! Äh, ja, Kanonkugeln. Drauf auf diese Dinger drauf. Äh... Los, los, los. Und die Dinger auch ausweichen. Alter, es hat gerne keinen Logen. Was ist denn die Klade? Ich glaube, der eine Arme ist weg. Kommt dein Zettel? Ja. Wenn die Richtung Dings kommt, aufpassen jetzt. Schlagen die gleich ein. Oh. Ah, ich hab keine Kuhn mehr. Oh. Ich hab's gegessen. Ich möchte da wieder weg. Los, los, los. Aber den haben sie schon eh wieder genervt, glaube ich, oder? Keine Ahnung, mich hat er vom Schiff geschmissen. Ich hab' mich heute auch gefressen. Hilfe! Boah! Wie geil! Ist das geil. Wenn man gefressen wird. Ich find' sie mehr, Jungs. Aber wir müssen einfach... Wir müssen weiter drauf ballern. Ja, ich kann nicht ballern, ich bin im Wasser. Was? Nebst du noch, Andi? Ja, ja. Du musst nur aufpassen davon hinter dir, dass das Teil nicht kommt irgendwann. Mich ertränkt mich vielleicht ein. Ja. 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 Aber... Haben wir jetzt keine Loot oder was bekommen? Ja. Dann dreht's um. Ich bin noch... Ich kämpfe noch gegen den. Ich hau' mit meinem schwersten Fahrrad auf. Hä? Hä? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dann hätte da Loot bekommen sollen? Nein, wir sind nicht so. Dreht mal um. Dreht mal um. Da ist er noch. 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 Da muss er schnell umdrehen. Das hat er ne riesige Tour drin. Ja. Oh. 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 This is vorne hoch. Ja. Ist nicht möglich. So. Jetzt können wir's gleich wieder runterlassen. Ich lass das nicht... Ich lese den teorisch. Das ist wieder runter. Und zwar so, dass wir rechts davon stehen und die ganzen Teile kaputt stehen. ja der tut uns eh äh krabschen wahrscheinlich und wieder da ich weiß ja nicht ob das auch Sinn macht da zu fighten wieso nicht also wenn wir ja schon mal den Kraken hier haben holt ihr auch gleich mal ein Dings und macht äh guck mal alles schon mal auszuschreppen sagen wir schmeißen wir anker oder machen was oder machen wir mit hochziehen von den sagen wir die Dings hochziehen oder die die Segel ok weil dann wieder schnell starten soll man schon hochziehen ja klar kann ich gar nicht dauern da ist ein Stück nach links da noch halt ob wir die überhaupt treffen auf die Ehr ist es zu mir weg Ah, ich hab einen getroffen. Auch einen getroffen? Warum drehen wir? Ist ein Stück näher ran. Bist du nur das eine Segel, oder? Ja. Soll ich, äh, steigen? Aber wo sollte der dann auch sein, der Loot? Weiß ich nicht, aber irgendwas... Ich glaube, wenn du ihn besiegst, kriegst du schon was. Bist dann gleich. Von hier kann ich nicht schießen, ne? Ja, ja. Ich treche schon wieder. Was ist das? Oh, ja. Wie ist es denn dabei? Oh, jetzt ist er wieder bei uns. Da will sich jemand rapschen. Wie wird der dann vorne... Schwierig jetzt... ... Kann der auch von unten irgendwie das Boot beschädigen? Ich weiß es nicht. Da links kommen neue Tetakel. Ich drehe ihn nach links. Rechts sind auch neu. Boah, mich hat er wieder. Aber der saugt mich voll ein, Hen. Oh fuck, ich hab keine Konvention mehr. Ich hab ihn getroffen, du bist rausgefallen, oder? Ja, irgendwie, aber... Ja, ich hab ihn auch nochmal. Scheiße, Hen. Boah, der will mich wieder grapschen. Die Sau. Ich weiß halt nicht, ob das Ziel führen wird, sich einfach um zu campen und die ganze Zeit, sich da gelaufen zu schießen. Der hat keinen Körper. Ich hab das Gefühl, der kommt halt unendlich auch wieder. Ja, es ist nur noch eine, zwei Tentakle sind noch da. Oh, schau mal. Aurora, wo real ist. Oh, der nächste Ding ist da. Ein neuer Guide. Okay. So, nun. Oh, der ist unten. Just despawned. Hi. Hi, Gun. Hi Gun. Maybe, maybe an Achievement we'll get later on. Hm. Okay. Then let's head to our main destination. To the north. To the north.